Oh, das ist ja noch ein Kunde. Noch so ein Kunde, das ist ja wie ein Baumarkt. Nein! Bleib hier von mir, Dämon! Da geht es irgendwie gar nicht so gut. Was ist denn so kacke? Wer? Lässt du mal zurück, wenn ich das kann? Please? Keine Ahnung? Keine Ahnung. Stirb. Hi. Ah, ich habe mich wieder gefangen. Guck an. Ja, ich habe die Kiste da verpasst. Jetzt muss mein Gott Staubsaugen. Aber auch nur da! Nur da! Sonst ist das Haus top. 9 von 10 Sterne. Würde ich weiterempfehlen. Ob ich noch irgendwas verpasst? Guck mal, das ist... Mensch, so ein bequemer Stuhl. Akupunktur bezahlen Leute viel Geld. Ist einfach so, das ist Fakt. Die Kiste gesammelt oder habe ich verkackt? Nee. So, die ist ja jetzt schon ein bisschen sauer auf mich, die alte. Die Anna, weil ich eine ihrer Töchter so ein bisschen... Ja. Wie soll ich das am besten beschreiben? Ich glaube hier unten ist nichts mehr. Hab's halt nicht rechtzeitig um 12. nach Hause gebracht. Jetzt kommt sie gar nicht mehr. Ja, nicht mehr. Guck mal hier. Ich hab eine Macke reingemacht. Geht auch bestimmt so Spieler, die dieses Spiel nur mit Messer durchspielen, oder? Gibt es auch bestimmt. Und... Was ist denn das jetzt eigentlich? Ach, jetzt kann ich rausgucken. Das konnte ich eben, glaube ich nicht. Hm, Kartoffeln. Mensch, so ein schöner Kartoffelsalat. Mit Speck. Auch nicht, wie ich drauf komme. Auch. Stimmt. Ja. Oh, ist dies? Oh, nein. Oh, nein. Wie viel zugegeben. Oh, man. Stangios, Virginia. Virginia. 260. Und wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Summe verschüttet. Jeder weiß, was ist einer da unerwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt. Durch die Gänge zu. Ach, ja. Ich war nachher hier sehen, sie war nur Haut und Knochen und hat einen Rattenkadaver... ...einem Rattenkadaver genagt. Und ich bin die Nächste. Ich lese hier schon wieder Schnapsgeschichten. Was ist denn eigentlich das Pendant zum Paulaner Garden? Gibt es da einen Schnapsgarten? Warum gibt es denn keinen Schnapsgarten? Wieso nicht? Das Schnapsparadies! Du brauchst die Geröste. Oh? Schießpulver hat er nicht. Alien? Was ist das? Küche? Ja, Mensch. Was ist das? Rückstoß. 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 Kommen wir da. Lemmy. Schöne. F. So. Lemmy. Rösten Sie an, da waren wir mit einem Spezialzube aus. Was ist jetzt mit der? Was hat der gemacht? Was hat der gemacht? Will ich da lang? Wo will ich da nicht lang? Womit kann ich denn die Dinger hier öffnen? Schlüssel! Dietrich! Der Springer. Wer klimmert hier unten mit der Kette? Wird ich mir zweimal überlegen? Ah. Verbrauchbare Gegenstände, oder? Einmalwerkzeug. Und mal gucken. Werfen Sie einfach an Dietrich? Ja, danke. Eine Engelstatue aus Holz. Ja, Mensch. Was ist das? Wertvoll. Wertvoll. Kristalline Überreste. Not bad, würde ich sagen. Haben wir schon schlechter gesehen. So. Wo sind wir? Im Speisezimmer. Ich lasse das auf. Wallah. Wallah, Wallah, Kamin. Na hier. Ähh. Wollen die jetzt ganz unbeackt runtergehen? Einfach alle Leute ignorieren. Oh, hallo. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Was heißt das? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Wo deine Beine? Haha, das hat dein alter Freund von mir immer gesagt. Über Riste einer scharfzahndigen Kreatur. Oder nimm. Nimm alles. 13.000 Lay. Das sollte reichen. Wenn ich hier fertig bin, kann ich neues Leben anfangen. Ach. Chazam. Ach Gott. So. Waren. Ach guck mal. Im. Steher. Für eine Flinte. Die Feuer ist rechtlich. Spezialzuwehr für eine Pistole. Dock für beschwingt das Baller Vergnügen. Ist das aus dem Traum. Achso. Weiß sie. Sag mal bei Edge. Nehmen wir kaufen. Keine Special Weapons. Möchte ich nicht. So, was machen wir denn? Rückstoßkompensator. So, was macht er. Wird mal interessiert, was der macht. Ja. Und das haben wir schon. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. So, Lemmy is ready. Lemmy is ready for take off. Ich meine, noch was mit der Schrotze. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ui. Zoni. Zoni. Er weiter das Magazin. Die Magazinkampensität beträchtlich. Hallo. Na bitte. Kaufen Sie im Storymodus etwas beim Duke. Das ist etwa nicht tun so. Schönen Tag. Mensch, Pistole. Pistole des Bösen. Aber jetzt. Der tötet ich jetzt alles. Sonst treffe ich mit der gar nichts. Ist ja schön, dass da immer so ein kleiner Auto-Aim drin ist. Habe ich jetzt irgendwas gekriegt? Eine Weinfahrt mit Silber. Ah, nee, ich weiß, wohin. Glaube ich. Glaube ich, in meinem Jugendlichen leicht Sinn zu wissen. Ich gehe nochmal ins Speisezimmer. Habe das ja jetzt einfach mal hier geskippt, weil ich dachte. So, raus kann ich ja nicht, gell. Weil da fehlt der Schlüssel. Ist denn mit diesem Familienfotor eigentlich nicht in Ordnung? Hier ist nix mehr. Alles klar. Dann gehen wir ins Weinzimmer. Hier oben, oder? Geradeaus durch. Sire. Lööö. Was macht das? Auch Gänse und Schloss mit Millionen von Heidgängen. Das wäre so stark. Kistchen. Der Hofschlüssel. Warum müssen Sie denn immer so krasse Geräusche machen? Können Sie das hier wie bei Zelda oder so machen? So was in der Art hätte ich gerne. Hofschlüssel. Hofschlüssel ist, weiß ich nicht. Anweder da. Alle der vier. Was macht man mit den Statuen eigentlich? finde den also und du wirst errettet ich will errettet werden dann geht es wohl da raus das muss gar nicht sein das muss gar nicht sein liebes fräulein muss muss nicht die höhle töchter hast du ich habe mich gerade gewonnen hätte ich mich gerade gewonnen hätte oder schockiert es erscheint die auch da da muss ich die töten wieder erneut dann stehe mal die jetzt looten wir noch mal die scheiße aber ich weiß es dachte ich wie es ist immer schnell zu speichern kann ja gar nicht oft genug speichern so schlimm ist das hier hallo muss ich jetzt da rein gehen einfach das ist ja bescheuert steht die jetzt irgendwo bekommen die da jetzt wieder neu hin jahrelang kein licht mehr gesehen wie ich das schöne messe erkunden was macht man denn mit metallrissen das ist das upgrade zu ostiger schrott was sind denn das hier immer für türen möchte ich nicht es kann hier nicht verwendet werden ja mensch wer hätte das denn gedacht ist so müssten wir hier noch so hier so weiter ist so ein bisschen rumzeigen hier so zack und klappmesser wo sind die skins wo rechtsklick der mit den besseren skins macht auch mehr schaden habe ich gehört jetzt allein als wenn die mich da nett gesehen hat mal gucken immer in bewegung bleiben alles alles nicht mehr ich habe schon eine wo kann ich eins kleine leck wie viel uhr zum aufstehen ein schönes schluss kannst du nichts sagen das ist ganz schlimm kann ich hier auf der couch warten ich warte hier es hat keiner gehört was hast du mit meiner tochter gemacht doch die schwester dieses dreck so süß wieso sagt sie das denn so auf gebäude danke 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 endlich mal einer der mich lobt endlich das ist erscheint mir wichtig ich mache dir die ganze bode kaputt so nun ich muss ich gleich wieder kämpfen oder was wieso macht man denn schränke mit nix wieso macht man denn schränke mit nix die zeit vergangen läuft die uhr nix naja helft dir alles nix gell hilft dir alles nix und das ei kind hat sie mich damit gekriegt was sind das denn für stühle aus terrasse rausgekommen kann ich dann hat was angezeigt rechts an der seite ob da war aus dem augenwinkel gesehen gut war auch gedacht jetzt doch ich konnte irgendwas machen im blutbein ist es eine schrift hier habe ich gar nicht gesehen die frauen sind blind für die arancen der männer werden die armen ihr glück in die hand nehmen ihrem herrn die früchte ihre arbeit überreicht so dass schon bald der reinfließen wir okay stolpert dass wir mir die bewegen könnte ja gott in planchen ja das ist die phase die frauen sind blind für die arancen der männer wenn die armen ihr glück in die hand nehmen die früchte ich bin ein vampire abs gewusst warum konnte ich das eben nicht machen jetzt einfach nur eine vermutung ich habe keine ahnung ich mache jetzt einfach dinge alles falsch sein was ich mache ich mache ja 1 tür Nein, nicht schon wieder in den Keller. Wieso immer in den Keller? Wer macht denn sowas? Eine kleine Zicklein. Ich habe vergessen, was damit ist, aber ich mache es ja trotzdem kaputt. Ach du Scheiße. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Aha. Der Widerheim. Nein, Musik. Amazon. Was gönnt sie dir denn für Werbung? Okay. Nein. Äh. Komme ich da vorbei? Bin ich. Pinatas. Toll. Ach, Twitch meine ich. Ach so. Shit. Uncool. Muss er hin? Geld. Geld. Geld, 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 Geld. Das will ich nennen mit dem Kack. Geld als. Witzkau. Das Böse. Habe ich mich minimal erschreckt? Vielleicht. Ich mag mein Kraut. Dann schick's mir da. Werbung. Loll. Why? Schön Norden Werbung. Ich muss mich mal ein bisschen nahe laden. Putsche hinten. können darüber reden oder wenn wir das nicht und kunde noch so ein grund ist ja wie beim akt war hier von mir dämon ex kunden lehrgut haben wir jede menge lehrgut es ist gar kein problem für mich haben sie gefallen und money money warum nicht ein bisschen flip money so wir haben hier noch nicht alles gefunden ein bisschen planschen mich noch nicht alles gefunden warum sollte man das tun was ist da der mehrwert bin ja das hallo die geräste etwas herstellen misgestalt weg bitch gib mir dein geld mehr ich brauche zwei schießt rechts viel ist das sind ja richtig viele wir lassen mich mal wieder durch jetzt macht der schrank vermisse eigentlich ja nicht bringt mir das denn gar nichts wo ihr seien denn und dann kommen wir doch noch mal oder werde ich das sind abgestochen in frechstags einfach abgestochen und da steht noch mal klar doch der steht nicht noch mal so kleine dreckiger bauer kristalliner schön das war es noch oder was oder schockierend die magazinerweiterung das war schon glaube ich war schon vielleicht nein mein sohn kannst du nicht du musst vegan leben fraut nehme ich fraut ist gut gutes graut kostet viel muni hier die ganze scheiße ist linken muniz die mine überlegen an die mine vorhin geholfen die sich nicht und die ausmacht am morgen etwas geht das war die haus party jetzt ein berg schön wie schön natürlich an geld aber ja obwohl die mani sonst ist ja anscheinend nix als reichende business mann hier lebt in dem zimmer wird schon irgendwas essbares drin sein was zu trinken doch schnee guck mal verifiziere ich noch mal schnee können wir trinken das überlebe ich eins tolles kraut so telefon